Aufnahme läuft. Der Darth Vader pfeift sich gerade für 420 Bruder. Was ey? Der pfeift sich gerade an. Der Kiffer im Weltart. Was geht denn ab? Raucht der seinen Helm, oder? Der raucht seinen Helm aus. Der krasse Tupen. Ja, Mann. Digga. Damit hat der Luke Skywalker auch nicht gerechnet. Sein Vater sich so mega wegballert. Hängen geblieben bist du. Stefan, wie geht's dir? Schau's gut aus, Bruder. Krass, Mann. Ich hab mir grad so voll einen reingedübelt. Mir geht's einfach mega nice. Wir schreiben heute den 1. April und es ist kein Scherz. Ab heute muss man, darf man, will man kämpfen? Ich weiß es nicht. Kannst du mich aufklären? Du bist in Deutschland, ich bin in Spanien. Die Spanier wackeln mit den Ohren. Das, was so halb verboten war und trotzdem jeder macht, muss in Deutschland erst verboten jetzt erlaubt sein. Dann muss es Regeln geben. Was ist die Sachlage? Die Sachlage ist die, ja. Du hast Jura auf YouTube gemacht. Genau, ich hab mir das komplett reingezogen. Ich hab nebenbei ein bisschen gegamed, ja, aber ich hab die ganzen Streams laufen lassen, die Jura-Streams damals. Und ich kann euch jetzt hundertprozentig sagen, jeder darf 25 Gramm am Body haben. Du musst es nicht mehr im Body haben, ja? Ich hab vier Kilo zu viel, Bruder. Was 25 Gramm. Nein, Gras quasi. Gras. Ich sag jetzt mal Ostergras. Wir klausulieren das jetzt mal mit Ostergras, ja, weil es ist ja ein Ostergeschenk von der Bevölkerung, an die Bevölkerung, oder? Also, am Body darf man haben. Wie viel? 25 Gramm. 25 Gramm. Gar nichts, oder? Ja, also Cannabisblüten. Cannabisblüten, rauchbares Zeug, ja. Rauchbares Zeug. Also Cannabis oder was für, was gibt's denn? Da gibt's ja verschiedene. Es gibt ja, gibt ja Schie, es gibt ja, gibt ja, gibt ja, Chiba-Chiba. Es gibt Puba. Mary Jane. Nee, keine Ahnung, halt so Pflanzenzeug halt, was du halt irgendwoher bekommst. So, ich hab keine Ahnung, wo man das herbekommen soll. Man muss ja ein Clubmitglied werden oder sowas oder von der Apotheke holen. Aber was genau darf man jetzt an seinem Body dran haben? 25 Gramm. Also Heroinkoks mit am Finde? Nee, Cannabisgras. Cannabisgras. Nur natürliche Produkte. Produkte, Digga, nur natürliche Produkte. Also was ist ein Unterschied? Es gibt ja das eine, es gibt ja das eine, das Gras und dann gibt es die Paste, oder? Bruder, ich rauche doch nicht, ja. Aber natürlich, das ist Haschisch, ja. Das ist quasi aus dem Öl gepresst irgendwie, so keine Ahnung, wie Schokolade. Ich weiß es nicht, ja. Darf man das auch haben, 25 Gramm? Das glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Was raucht denn der Bojan? Der Bojan raucht Cannabis, Gras. Der raucht Gras. Also die Blüten halt, die Blätter rauchst du nicht. Du rauchst ja die Blüten, ja. Und die Paste? Die Paste. Das ist ein Nutella-Zeug quasi, oder? Haschischisch. Das ist ja wie Schokolade. Das ist ja so, das ist ja so. Stell dir vor, du hast so, du machst so einen Ikea-Schrank auf, ja. Warte mal, warte mal, warte, jetzt verlierst du mich gerade. Okay, sagen wir mal, sagen wir mal, eine sehr bröselige, eine sehr bröselige MDF-Platte. Ja? Mittelhochverdichtete, was auch immer. Faser, Faser. Faser. Wie so eine MDF-Platte ist das ja quasi, ja. Das ist so eine Mischung zwischen MDF und der Schuhsohle. Und das kann man so aufbröseln, ja. Das ist Haschisch, oder was? Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun, glaube ich. Das ist verboten immer noch, oder was? Ich weiß es nicht, aber da hat noch niemand drüber gesprochen. Das rauchen die Leute doch auch. Ja. Aber das raucht keiner. Wer raucht denn sowas? Wer raucht denn Haschisch? Alle, die rauchen, die verbröseln das, burnen das auf den Löffel an und dann, oder keine Ahnung, oder erhitzen das oder so, keine Ahnung. Ja, ich meine, ich habe doch Haschisch nicht erfunden, oder? Weil, als wenn kein Mensch Haschisch... Du hast dir das vorher Zeug in der Hand. Es ist ein Nischenprodukt. Es ist ein Ex-Menschen-Öl oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur von dem reden, was sie jetzt legalisiert haben. Ja, ich frage ja doch. Das ist Cannabis. Das ist, glaube ich, das Graszeug. Das ist das Mindeste vom Mindesten. Das ist ja gar nichts, oder? Ja. Schau, du kennst doch Hopfen, ja? Du kennst doch Hopfen, oder? Das ist erlaubt. Wo das Bier draus gemacht wird. Das ist ja auch eine Hanfart. Das ist erlaubt, oder? Das ist ja verwandt mit Cannabis. Das ist ja schon immer erlaubt, ja? Und da schmeißt man auch das ganze Gras und das ganze Blätter und die ganzen Strunk und die ganzen Äste. Das schmeißt ja alles weg. Und du hebst ja nur die Hopfendolde auf. Das ist ja das Innenblütenteil. Das Innenblütenteil. Das hört sich an wie Dildo. Sorry, aber sag doch mal, Dolde bitte. Da ist so ein Blütenstaub drin, oder? Sag doch mal, sag doch mal, Dolde. 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 Wurde habe ich halt vorhin den Dolde gefasst. Die Isolde, die Isolde mit dem krassen Dildo. Die Isolde nennt den Dildo Dolde. Der Dolde klingt nicht wie Dildo. Was ich niemals sagen wollte. Mein Dildo heißt Dolde. Und ehrlich ist es halt auch bei den Cannabis-Dings. Das ist halt die Blüte, ja. Das ist halt die Blüte. Aber Cannabis kommt nicht aus Kanada, oder? Weil das hat der Heiko mal gesagt. Das war jetzt Kanada. Keine Ahnung. Aber also Cannabis ist jetzt erlaubt. Ja. Das läuft, das Ding, ja. Ja. Okay. Aber. Aber. Es ist seit heute. Heute ist der 1. April. Das ist seit heute erlaubt. Das ist kein April-Scherz. Aber wo kommt das Zeug her? Weil das war ja vor ein paar Stunden noch brutal, bis der dafür totes Strafe, Gefängnis, elektrischer Stuhl gegangen. Muss ja irgendwo hergekommen sein eigentlich, oder? Lebenslänglich, ja. Vom Dealer. Das kommt vom Dealer. Und der Dealer, das ist so ungefähr so, wie so Edeka war bis um 24 Uhr verboten und jetzt kannst du Edeka gehen, oder? Jetzt kannst du Edeka gehen. Also nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Späti, oder wo gibt es denn das Zeug? Ich meine, der Dealer, der war gestern noch Gefängnis und dann so eine Minute vor zwölf, da ist noch der Cop, da hat er noch einen Fuckfinger gezeigt, der Cop ist ihm hinterher und dann war es zwölf Uhr und der Cop so, okay, kann nichts machen. Und er ist halt hingegangen, hat er gesagt, bin safe, Bruder, hey, bin safe. Das ist wie bei GTA. Das ist wie früher von der DDR nach Westdeutschland rüber, so. Hey, hey, Fuckfinger, Nase raus, 12 Uhr, ich kann kiffen, ne, 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 ne. Wie wir dann wahrscheinlich dann ins Häusel halt reinrennen, das ist bei GTA oder so, weißt du? Ja, aber so haben sie es gemacht im Brandenburger Tor, hast du gesehen? Ja, ich habe es schon wieder gesehen. Tausende, Tausende von nutzlosen Jugendlichen, lauter Arbeitslose, haben sich an das, an das, an ein Monument der deutschen Geschichte gestellt. Eine Schande. Haben sich da hingestellt um 24 Uhr und pfff, heide Wutzka, hier aus dem Nichts war plötzlich 25 Gramm mal 1000 da, also 2,5 Kilo war plötzlich da. Das ist halt vom Himmel gefallen. Der Duder, der das vercheckt hat, oder? Die ganzen Dealer, die da aus dem Tiergarten rausgejumpt sind, sind sie gesagt, hier brauchst du was, 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 was. Business, Business, Business. Vorher noch, weißt du, war noch so versteckt, noch so, weißt du, so, um 11 Uhr schon die besten Plätze direkt am Brandenburger Tor waren schon vergeben, Kameras von der amerikanischen Botschaft waren an, ja, direkt am Pariser Platz war einer in der Hecke drin, ja, und dann so 12 Uhr sind sie rausgejumpt, ey, wir brauchst, wir brauchst, wir brauchst, ganz egal. Am Kotti gab es um die Zeit gar nichts, da gab es nur noch harte Drogen. Und die ganzen Jugendlichen haben einfach so, in jedem Stadtpark haben sie schon mal in der Nacht, haben sie schon mal für den nächsten Tag schon die Handtücher auf die Bänke gelegt, weißt du, so wie am Strand, weißt du. Ja, genau. So, dann werde ich nächsten, da werde ich dann morgen sitzen, das ist dann morgen meine Bank, da werde ich sitzen und einen buffen. Da werde ich verchecken. Aber es haben ja schon, die ersten Dealer haben ja schon, haben wir den 17. Juni-Straße unter Linden, haben sie alles schon blockiert. Was? Ja, weil die Preise sind so in den Keller gegangen und sie wollen jetzt staatliche Förderung. Mit ihren Dealer-Traktoren. Machen wir Teste, was die Klimakinder können, was die Bauern können, die Cannabis-Farber, ja, die sind ja jetzt auch Landwirte, oder? Natürlich, die brauchen staatliche Förderung. Scheiß Ernte, Bruder. Ja, genau, Mann. Der Aiwanger, der Aiwanger, der überprüft schon, ob er da irgendwie gegen die EU stehen kann. Ich habe da kein Problem mit, wenn die Leute kiffen, dann können die das machen, aber bitte nicht in Bayern, weil in Bayern, wir sind kein Verbotsstaat, aber das würden wir nicht haben. Und alles andere ist eine Kampagne. Was ist denn aus dem Wort eigentlich? Der kifft auch jetzt, oder? Sein Bruder. Hört aufgegeben. Sein Bruder baut Cannabis an. Sein Bruder, genau. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Die haben ja alle andere Probleme. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da jeder am Brandenburger Tor gleich 25 Gramm dabei gehabt hat. Ich glaube, die haben ja das dabei gehabt, was sie halt sonst auch dabei haben. Keine Ahnung, vielleicht zwei Gramm oder so. Was ist das für ein Feeling, wenn du sagst, du guckst auf die Uhr, Zeitabgleich, noch fünf Minuten und die Cops stehen da mit dem Schlagstock, wollen dich eigentlich verprügeln und festnehmen und sagst, jetzt muss ich die fünf Minuten noch schaffen, jetzt bin ich noch hochkriminell und dann zack, zwölf Uhr. Das ist wie, wenn der Stern plötzlich verschwindet, weißt du? Der Wanted-Stern bei GTA, wenn er plötzlich weg ist. Auf einmal gehst du und sagst, dieser Moment, wo du sagst, setz dich gemütlich hin, rollst dein Zeug aus, was du da hast, keine Ahnung, was du da brauchst, dein Campingzeug, dein Gaskocher, keine Ahnung und dann geht's los und dann schaust du den Cop ins Auge und sagst, einfach uncool, oder? Das ist wahrscheinlich, in Berlin hat sich halt überhaupt nichts geändert. Du bist einfach kein Gangster mehr, du bist einfach voll, du könntest das irgendwie von der Strickgruppe, von der Oma Liesel könntest du sein, weißt du? Ja. Du bist einfach kein Gangster mehr. Ja, klar, voll hart. Wie uncool. Du musst jetzt mindestens, du musst mindestens hart, hartes Heroin jetzt lutschen, das Mindeste. Ja, das ist so geil, wie wenig du dich mit Drogen ausgängst. Wieso? Ein Gaskocher zum Cannabis rauchen. Ja, keine Ahnung. Camping-Grill. Aber in Berlin ist es auf jeden Fall so, ja, da hat sich überhaupt nichts geändert. Es hat sich jetzt nur die bayerischen Touristen gehen, oh, schau mal, die kiffen. Aber so, die haben ja schon immer gekifft in Berlin, also sorry. Kann mir jetzt keiner erzählen, dass sich jetzt da super viel geändert hat. Glaube ich jetzt auch nicht. Glaube ich jetzt auch nicht. Außer, dass jetzt beim Adlon, die haben sich natürlich an der Hotelbar gedacht, okay, die ganzen Kiffer sind da draußen, ja, for our American guests, ja, if you want to go on the terrace. Ja, schon. Ja, wahrscheinlich kommen die Kiffer jetzt aus den Unterführungen raus und gehen halt hoch ans Tageslicht. Du bist in Deutschland, ich weiß es nicht mehr. Ich komme nächste Woche zur 90-Show nach Deutschland. Sonnencreme. Wie ist denn das, wenn ich da aus dem Flughafen rauskomme, ja, kiffen da schon die Hunde oder was? Keine Ahnung. Kiffen, Alter, ey. Da wirst du so krass in einer Wolke durchlaufen, hey. Ey, wenn ich bei dir auf Mallorca bin, da rieche ich es ja überall die ganze Zeit. Ja. Läuft ja. Ja, ist krass, oder? Aber was glaubst du jetzt, ja? Was sind die Ausländer? Weil der Ivan hat gesagt, das deutsche Brutto-Asozialprodukt geht in den Keller, weil die Wirtschaft hat schon antizipiert, das ist alle nur noch Kiefer. Ach, und weil die dann kein Bier mehr kaufen? Stattdessen. Nee, weil die nicht mehr arbeiten. Sind die alle jetzt high schon? Sag mal, gib mal. Die gehen alle auf Harz, oder? Die gehen alle auf Harz. Sind die alle high jetzt bei dir? Wie ist denn das bei dir? Du bist, sag mal, Live-Schalte nach Deutschland. Also, ich schaue jetzt gerade zum Fenster raus und die Leute bewegen sich ganz normal. Es ist echt interessant. Traust du dich noch auf die Straße mit den ganzen Kiffern? Keine große Veränderung. Ich traue mich nicht mehr in den Straßenverkehr, ja. Weil die Leute, die dann quasi dann plötzlich von heute auf morgen Cannabis konsumieren, keine Ahnung haben, wie das auf ihren Körper auswirkt, aber Autofahren mit 250 kmh, wie sonst auch immer, ja. Ich glaube, dass die jetzt alle nur noch 90 fahren. Der bekifft oder die ganzen Lasterfahrer, super, die ganzen Kiffer jetzt auf der rechten Spur. Digga, ich, also jetzt, wie Julayla hat gesagt, sie fühlt sich sicherer, glaube ich, dabei. Warte, 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 was laberst du, Julayla? Das ist meine potenzielle Ex-Freundin. Ja. Und meine potenzielle Ex-Freundin. Wir hatten beide genauso wenig mit ihr. Tendenziell haben wir beide das gleiche Recht über ihr zu sprechen. Ich habe sie einmal fast gefingert. Ich habe sie einmal fast gefingert, mein Freund. Ja, und sie war wegen her. Kannst du mal die Finger linkschleiden und du so. Sie hat gesagt, sie fühlt sich jetzt nicht so safe, wenn sie jetzt an einer Gruppe besoffenen Männern vorbeigeht nachts. Wenn sie an einer Gruppe von bekifften Typen vorbeigeht, fühlt sie sich tendenziell ein bisschen chilliger. Das heißt, wenn ich die Julayla, dann muss ich jetzt kiffen, damit sie sich bei mir sicher fühlt, oder? Ja, genau, Mann. Ja, genau. Wenn du bekifft bist, bist du keine Bedrohung. Jetzt habe ich noch, bist du gefragt. Also man darf ja nicht überall kiffen. Hast du schon mal einen aggressiven Kiffer gesehen? Ich glaube, die gibt es einfach nicht. Ich würde so, schau mal, Putin würde kiffen, das wäre so geil. Das wäre mega, oder? Putin zieht einen Joint, der Trumpi, ja, ich meine, kein Wunder ist der Trumpi so akkurös mit seinem ständigen Coca-Cola, was er da trinkt. Der muss ja auf 180 sein. Oder du beim Gaming. Ich rauche Pfeife, Bruder. Ja. Vielleicht solltest du einfach mal schauen, was du da anders reinmachst in die Pfeife. Kiffen noch. Ich habe unser Highlight-Reel gesehen vom letzten Monat. Fick doch diese Scheiße. Fick doch dieses Spiel. Fick diese Gegner. Fick diese Gegner. Ja, das ist halt so eine Auswahl. Das ist eine ziemlich einseitige Auswahl. Ziemlich einseitige. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich weiß auch nicht, wie das da drauf kommt, ey. Die vielen Heldentaten, die ich da gegamed habe, die werden, die weißt du, was ich meine. Wird unterschlagen, ja. Die Bevölkerung darf das nicht mitbekommen. Ja, meinst du, das tut dem Land gut oder ist es schlecht für das Land, das jetzt Kiffen nur erlaubt ist? Krasse These. Was hast du denn da für einen geilen Wecker? Hartig, zeig mir. Ja, das ist ja geil. Schick, schick, schick. Schick, schick. Was ist bei dir, Bruder? Ich glaube tendenziell, dass es dem Land gut tut. Ich glaube nur, dass die Mofa-Fahrer darunter leiden werden. Die Mofa? Ja, weil früher, also jetzt die Polizei hat ja ständig jetzt, weil die Polizei, guck mal, wenn du als Polizist befördert werden möchtest, da hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder du bist ein richtig guter Cop und so, ja, aber du bist ja erst auf Streife und du bist ja Straße unterwegs, ja, und du musst dir so ein bisschen Punkte sammeln, ja. Und da hast du die Selbstüberführung. Polizisten kriegen auch Punkte, oder? Die kriegen Punkte, ja. Du kriegst sogenannte Selbstüberführer, ja, das sind ja die Einfachsten, ja. Das sind die Dudes, die besoffen Autofahren, ja, hauchen sich immer an, sind im Alkoholtest einverstanden, ja, okay, krass, hier, weißt du, hab einen eingebuchtelt, hab Führerschein weggenommen, was auch immer, check, hab einen mit Cannabis erwischt, check, ja. Am Ende des Monats, ja, wo so viel brauche ich noch, ja, ziehe ich halt noch ein paar Kiffer raus. So machen das die Cops, so machen das die Cops. Jetzt, jetzt fallen die halt weg, ja, das war ja leichte Beute, weißt du, das sind ja die niedrig hängenden Früchte, die fallen halt jetzt weg. Ah, das hast du schön gesagt, niedrig, also hängetitten. Ja, genau, und jetzt, was machen die Cops jetzt, wenn sie da halt niemanden mehr kriegen? Ah, warte, ich weiß, lass mich deinen Gedanken zu Ende verfolgen, sie gehen zu den nächsthöheren Gangstern, die nächsthöheren Früchte. Nee, die gehen. Das sind die asozialen Mofa-Fahrer. Die gehen zu den Mofa-Fahrern und sagen, was hast du da für einen Ritzel drin in den Dings? Weißt du, wie sie früher rausgezogen haben immer, hast du dein Mofa getunt? Ui, da, wo lebst denn du? Hast du dein Mofa getunt, Bruder? Wo lebst du in der Umwelt oder wo lebst denn du, Bruder? Draußen in der Natur, ja. Ja, wer bitte fährt denn Berlin, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München? Wer fährt denn da bitte Mofa? Der Opa vom Heiko, der hat so eine Mofa. Der hängt zwar, sein fetter Arsch hängt links und rechts einen halben Meter runter. In Berlin gibt es gleich ein paar Hipster, die mit einem Prenzlauer Bergkuchen runterjagen, aber es fährt doch keiner Mofa, Bruder. Okay, dann ziehen sie jetzt die E-Rad-Fahrer raus und die Scooter-Fahrer. Das ist gut, das ist gut, die ganzen Luxusrentner, die sich für 5.000 Euro ein Bike kaufen, mit dem sie dann alle anderen überholen und sagen, weg da, weg da, ich bin, ich, ich, ich komme, ich komme auf dem Radweg, verstehst du? Zehn Leute fahren mit Radeln, seit zehn Jahren normal und dann kommt so ein Luxusrentner, der sich jetzt für 5.000 Euro so ein E-Bike kauft, das auch noch den Strom zurückgewinnt und der muss nur einmal treten und schau mal, schau mal, wie das läuft, hat einen Rucksack dabei. Und den ziehen sie aber nicht raus, weil der bringt sein Bike ja einmal im Monat zum Warten lassen. Aber die ziehen halt die Armenradl raus, wo das Licht kaputt ist oder wo sie auf dem Fahrradweg gegen die Fahrtrichtung auf der falschen Straßenseite fahren. Kennst du die? Die werden dann rausgezogen und aufgeschrieben. Wie viel zählt jetzt ein Steuerhinterzieher? Wie viel zählt der so punktemäßig? Punktemäßig zählt ja genauso viel wie jemand, der sein Fahrradlicht nicht richtig korrekt hat oder was? Ich habe doch gerade gesagt Streifenpolizisten, die kommen von der Straße weg, dann später mal ins Büro. Ja, okay, Streifenpolizisten. Ich glaube, die sind jetzt nicht auf Steuer, die gehen jetzt nicht auf die Straße und schauen links und rechts, wer da am Straßenrand gerade Steuer hinterzieht. Ja, passt schon. Willkommen in der Realität, Herr Mosleiter. Ja, Streifenpolizisten, Adidas, keine Adidas-Polizisten, dann halt normale Nike-Polizisten. Zwoosh-Polizisten, verstehst du, was ich meine? Keine Ahnung, Herr. Die überprüfen, ob du genderst. Ah, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt eine Frage zu den Streifenpolizisten. Ist es absehbar, jetzt wo der DFB mit Nike kooperiert, dass die Polizei dann auch bald mit Nike nicht mehr Streifenpolizisten macht, sondern dass man dann bald aufs Swoosh geht? Dann kannst du die Mutter nachstellen. Ja, klar. Die Polizei geht bald aufs Swoosh, weil sie besser zahlen. Da haben sie endlich mal geile Uniformen. Ich meine, komm mal. Stimmt, Herr. Wie geil wäre das, oder? Mein Adidas schämt sich ja für die hässlichen Uniformen. Die machen extra die Streifen weg, Streifen weg. Ja. Aber AfD hat doch auch dann den Swoosh schon, oder? Ja, das finde ich eh so krass, dass die nie einer verklagt hat mit diesem verkümmerten Nike-Swoosh. Frechheit eigentlich, oder? Voll. Und Amazon hat auch dieses AfD-Smiley irgendwie, oder? Also ein komisches, auch so komisch irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich meine, es gibt so viele arbeitslose Grafiker. Wieso sind wir nicht hingewiesen? Leute, ich mache jetzt mal ein korrektes Logo. Also, man kann über die Nazis viel sagen, ja. Aber Logos haben sie drauf gehabt. Ja, die Deutsche Bank übrigens auch diese Aufwärtsbewegung, oder? Den ich da sage, ja. Aber ich meine, so eine Swastika ist ein altes indisches Symbol. Einfach umdrehen. Fertig. So einfach, oder? Punkt. Und sonst so die Farben. Ich habe gehört, der DFB ändert jetzt die Darstellung der Zahlen auf den Trikots. Die haben festgestellt, dass die 4 aussieht wie so ein SS-Runner-S. Mhm. Der DFB. Der DFB ist so im Schwimmen, oder? Die sind so orientierungslos. Was ist denn das für eine asoziale Nummer, dass die jetzt bei Nike sind? Entschuldigung. Was ist das Argument? Nike zahlt mehr. Also sind es einfach Huren. Prostituiert. Der DFB hat sich prostituiert. Das würde ja für jedes Wirtschaftsunternehmen... Wir brauchen doch das Geld für den Nachwuchs. Für den Fußballnachwuchs. Aber jetzt frage ich dich. Der DFB. Ist das jetzt eine Aktiengesellschaft? Wovon lebt der DFB? Das ist ein Bund. Ja, das ist ein eingetragener Verein, Bruder. Die hat mir der Heiko erklärt. Der DFB ist ein eingetragener... Das ist ein eingetragener Deutscher Fußballbund e.V. Ja. Die müssen nicht mal Steuern zahlen. Und die leben doch nur davon... Das heißt ja nicht... Das heißt ja nicht... Was ist mit deinen Augen kaputt? Ich denke nach. Kennst du das, wenn die Augen in die eine Richtung gehen? Dann heißt das... Du kannst googeln. Ich glaube, es heißt Deutscher DFB e.V. Schaust du nach? Okay. Und das ist das eine. Und das ist ja nicht so... Das hat ja... Wir Deutschen haben doch denen das Recht gegeben, dass sie Deutschland vertreten dürfen, oder? Das ist ja nicht der Hans-Peter-Fußball-Verein. Das ist auch nicht der Württemberger-Fußball-Verein. Das ist auch nicht der Ich-schieß-geile-Tore-Fußball-Verein. Oder ich bin viermal Weltmeister-Verein. Sondern es ist ja der deutsche Fußballbund. Das heißt, die haben die Marke Deutschland bekommen, oder? Ja, krass. Ja. Von uns. Von uns. Als eingetragener Verein. Und die gehen jetzt hin und sagen, aber wir müssen Gewinn machen, Rudi. Nee, die sagen nicht, sie müssen Gewinn machen. Sie sagen, der andere zahlt mehr Geld. Ich meine, wo ist denn da die Ehre? Das ist ja genauso, als wenn uns die Feuerwehr hingeht und sagt, pass auf, Toyota zahlt uns mehr, wenn wir die Autos von denen fahren. Nee, die sagen, wir würden gerne mehr in den Nachwuchs investieren und den Vereinen mehr Geld geben. Und das Geld geben wir halt dann, das nennt man Trickle-Down-Theory. Ja, das ist nochmal ein 2.0. Und wie viel geht dann nach oben zur UEFA? Und wie viel geht dann zum Infantino? Und komischerweise kriegen die da oben immer mehr Geld. Wie hat es denn bis jetzt funktioniert, ohne dass sie dort von Nike so viel bekommen? Ich meine, wie sind wir denn viermal Weltmeister geworden? Schwer, ganz zähl nur. Ganz zähl. Das war wirklich immer ein Kampf. Immer an der Armutsgrenze. Der DFB hat gerade in Frankfurt das neue Zentrum fertiggestellt. An der Armutsgrenze. Totaler Struggle. Die müssen, ich meine, eins muss man sagen, sie haben hohe Anwaltskosten. Ja. Sie haben wohl, wegen der Steuerhinterziehung und sowas, haben sie mega hohe Anwaltskosten. Deswegen müssen sie öfter Spieler verwarnen. Ich meine, sollen sie einfach weniger betrügen, dann sparen sie sich die Anwaltskosten, dann können sie das in den Nachwuchs stecken. Okay, wo hat der DFB schon ein einziges Mal betrogen? Okay, jetzt bin ich gespannt. Warum ist der DFB vor Gericht? Wo ist er denn vor Gericht? Wegen Steuerhinterziehung. Ach, echt, oder? Ich denke, die zahlen keine Steuern. Ja, müssen sie anscheinend doch, keine Ahnung, wie das da organisiert ist. Interessant. Ja, Einnahmen müssen trotzdem, keine Ahnung. Ja. Bro, ich glaube, ich habe auch keine Ahnung, ja. Aber es ist nicht. Ja, klar, sie haben die falsche Steuer angegeben. Die müssen gewisse Einnahmen, ein Verein muss auch gewisse Einnahmen. Der Verein ist ja, glaube ich, nicht komplett steuerbefreit, oder? Da fragst du mich was. Hey, wie wäre es, wenn wir beide den EV gründen? Erkan und Stefan, Unterhaltungs-EV. Meinst du nicht, du musst die Gemeinnützigkeit, Bruder. Du bist sowas von ungemeinnützig. Digga, wir sind auf Twitch, wir sind gemeinnützig. Um null bist du gemeinnützig. Wir streamen umsonst, wir machen YouTube-Videos umsonst. Check mal, ob der DFB in EV ist ja nicht. Vielleicht rede ich auch in Scheißzeug und wir drehen uns im Kreis. Hey Siri. Ah, jetzt fängt er mit der Euden wieder an, hey. Du bist ja abhängig von der Euden, hey. Wahnsinn. Okay, welche Rechtsform, oder? Das geht ja nicht auf deinem spanischen Google, hat der DFB. Du bist in Deutschland. Auf meinem spanischen Google. Du bist in deinem deutschen Telefon. Aber du das hier an mich jetzt quasi überträgst, quasi. Diese Aufgabe. Ah ja, der Deutsche Fußballbund ist der Nachfolger des im Jahre 1990 gegründeten Deutschen Fußballbundes. Mit dem damaligen Sitz in Berlin. Der Deutsche Fußballbund ist ein eingetragener Verein und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Was sage ich? EV. Das ist ja krass. Okay. Also ein eingetragener Verein sagt, ich muss, weil ich mehr Geld verdiene, weil ich mehr Geld kriege, gehe ich zu Nike. Und die haben die Namensrechte quasi von Deutschland, dass sie Deutschland vertreten. Es ist ja nicht irgendein Spaßverein. Und die asozialen Dudes gehen hin und sagen, wir müssen uns am Kommerz orientieren. Ein eingetragener Verein, natürlich muss der auch Geld verdienen, aber ein eingetragener Verein orientiert sich am Kommerz und hat die Namensrechte eigentlich von Deutschland übertragen bekommen. Und die Dudes entscheiden, dass sie eine Geschichte von Adidas, ich meine, der Adidasler hat sich Stollen erfunden, wie vier Weltmeisterschaftstitel. Das haut man einfach so weg. Wo ist denn da die Ehre? Und ich sage dir was, das ist das, was in Deutschland kaputt ist, Bruder. Das ist keine Ehre. Das ist, was Deutschland krank macht, Bruder. Tut das doch einfach mal skalieren, Mann. Das ist doch nicht redundant. Wo ist denn da die Resilienz, Bruder? Wo ist denn da die Resilienz? TSV Hasenbergl. Das ist doch nur redundant, Bruder. Kicksportverein Hasenbergl e.V. Als ihr die Vereinszeitung gemacht habt und ihr den neuen Kopierer herherrn musste, als es hieß, die Putzfrau muss das ganze Blut wegwischen. Die Putzfrau muss bezahlt werden. Wer zahlt die Trikots? Da habt ihr doch auch versucht, Geld aufzutreiben mit Sponsoren. Ja, das war von vornherein auf Geldwäsche angelegt. Und der Kicksportverein. Das war anderes. Der DFB ist ja super. Der DFB wäscht doch kein Geld, Bruder. Das Sommermärchen, diese Anklage, das Ganze sind ja alles üble Nachrede. Das waren doch nur die Funktionäre. Der ganze Strafprozess, der da am Laufen ist, das ist doch ... Das waren doch nur die Funktionäre und nicht der DFB. Das kann man doch nicht auf dem DFB abfärben lassen. Dann google jetzt mal bitte DFB Strafprozess. Dann google mal dies, google mal jenes. Du bist doch so geil auf deine Siri. Okay, DFB Strafprozess. Sommermärchen-Prozess gegen ex-DFB-Größen. Burkras. Uli Hoeneß muss als Zeuge ... Startet im März 2024. Und was ist passiert? Ja, Digga, es ist heute 1. April. Das hat ja gerade erst angefangen. Also wir sind mitten im Prozess drin, oder? Wir sind wohl mitten drin, ja. Jetzt müsst ihr auf spiegel.de, jetzt müsst ihr ein Abo abschließen. Schau, wie der DFB das verhindert, dass wir erfahren, was da los ist. Dass ich ein Abo abschließen muss jetzt. Also, wir halten jetzt fest, der DFB, der unbedingt zu Nike gehen muss, weil die besser zahlen, hat gerade einen Strafprozess wegen Steuerhinterziehung am Arsch. Und ist gleichzeitig ein eingetragener Verein. Aber geht nach außen und sagt, hey, wir kriegen von Nike einfach mehr Kohle. Ich finde das voll legitim. Die müssen auch ihre Stromrechnungen bezahlen. Ja klar, Flutlicht. Ja. Die müssen auch Schutzgeld an Infantino zahlen. Das ist so krass. Da gibt es halt ein paar faule Äpfel, ja. Ein paar einzelne faule Äpfel. Und du willst das ganze System in Frage stellen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist wie beim HSV, der Fischstink vom Kopf, oder? Nee, der Fischstink vom Kopf weg. Das ist alles wo. Ja. Wie komme ich jetzt an meinen Wein ran? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wir waren noch bei Cannabis, oder? Ja, okay. Dann gehen wir zurück. Thema Drogen. Ich hole mal kurz einen Schluck Wein. Kannst ruhig weiter labern. Mach kurz Pause. So hast du jetzt ein Getränk, der feine Herr. Oh, ein Weißwein. Oh, mundet. Ja, das haben die jetzt erlaubt mit dem Weißweinbuddy. Ist legal jetzt in Spanien, oder? Krass. Wir hatten das nicht gesagt. Also, wer hat das jetzt? Pass mal auf. Habeco. Ich habe mal vor kurzem gehört, der Söder, ich klebe ihn ja an den Lippen, weil der sagt zu viele kluge Sachen. Ja. Der hat gesagt, die Grünen sind so eine krasse Verbotspartei und die SPD sind die Riesenverbieter und so, ja? Ja. Wie hat die CSU das geschafft, an den Grünen vorbei und an den ganzen Verbietern vorbei, das Cannabis zu legalisieren? Die große, ich erlaube alles Partei, CSU oder was? Wie haben die es geschafft, Cannabis zu legalisieren? Ja, die haben es ja, weil die anderen sind ja die Verbieter, oder? Ja, stimmt. Oh fuck, wer hat das jetzt erlaubt? Moment, die Grünen haben das doch erlaubt mit dem Cannabis, dachte ich, oder? Nee, das war die SPD, oder? Der Lauterbach war das doch. Der Klauterbach. Ja, der Klauterbach. Der hat das erlaubt, oder was? Der hat das erlaubt. Ja, die sind doch die Verbotspartei. Tja, gar nichts mehr. Was ist denn in Deutschland? Alle Bananen, die sind alle schon drauf, Bruder. Was haben denn die Grünen überhaupt schon jemals verboten? Ich wüsste nicht, dass die irgendwas verboten hätten. Ich glaube, dass man bei Rot über die Ampel fährt, das haben die verboten. Ja, das war vorher schon verboten. Ja, okay. Dass man keinen Steuerbetrug mehr machen darf. Nee, war auch schon vorher verboten. Dass man irgendwann sterben muss, haben die auch. Das ist, glaube ich, auch, dass die Grünen schon mal lief. Ah ja, die haben verboten, die haben verboten, dass man, wenn man jetzt eine Heizung kauft, die mit Diesel betrieben wird, eine neue, wenn man jetzt eine neue Heizung kauft, dass man die in 30 Jahren dann einfach weiter betreibt, ohne irgendwie sowas. Nur krass, oder? Irgendwie sowas, das haben sie verboten. Das ist asozial. Das ist so wie damals, das ist das Pferdekutschen-Thema, ja? Ja. Du hast damals, 1910, hast du eine Pferdekutsche gehabt, ja? Und dann kamen diese Pferdekutschen ohne Pferde mit diesem Motor. Ja, genau. Und alle mit den Pferdekutschen, hey, mir wird mal eine Pferdekutsche verboten. Weil ich auf der Autobahn nicht mehr fahren darf mit dem Pferdekutsche. Ja, und ich wollte gerade neue Pferde kaufen und so. Und jetzt kommen da die anderen, diese Autos, diese Automobile. Genau. Wo soll denn das Benzin herkommen überhaupt? Und die Tankstellen, diese Henne-Ei, wie soll denn das gehen? Und jetzt darf ich mit dem Pferd nicht mehr auf die Autobahn, weil da überall schnelle Autos fahren. Ja, ja. So eine Sauerei, hey. Mit 50 Stundenkilometer. Aber ich glaube... Und dann kam der Hitler, hat die Autobahn gebaut, der ist radikal durch, hat radikal gesagt, scheiß auf die Pferde. Ja, ich brauche die Autobahn für die Autos, vielleicht auch für die Panzer. Und die Pferde brauche ich für die Gulaschkanonen. Ja, Mann. Die brauche ich für den Rückweg aus Russland. Also ich weiß nicht, was die jetzt wirklich verboten haben. Haben die wirklich was verboten? Ich glaube, die haben verboten, dass es verboten ist, dass sich Mann und Frau heiraten. Ey, Mann und Mann. Ich glaube, die haben verboten, dass man zu dem Schnitzel, dass man zu dem Paprikaschnitzel was anderes sagt, dass man das Z-Wort sagt. Zigeunerschnitzel sagt. Das haben die verboten. Ich glaube, der Dings, der Bojan ist, glaube ich, drei Jahre her, hat er Gefängnisstrafe jetzt dafür. Und wenn du das N-Wort sagst, zum Schaumkuss oder weißt du, zum Superdickmanns, dann kriegst du elektrischen Stuhl. Aber das Krasse ist, der Bojan zum Beispiel, der Bojan ist total durcheinander. Weil da hat er gesagt, okay, Zigeunerschnitzel check ich, ja. Hat seine Freundin, die war Zigeunerin, die hat es erklärt, das fand sie nicht so cool, sie ist kein Schnitzel und so, ja. Hat er gesagt, Jägerschnitzel, okay? Ja. Und dann hat sie ihm gesagt, das ist asozial von ihm, wenn er sagt Jägerschnitzel, weil es ist Jägerinnenschnitzel. Ja, richtig. Mit Stern. Ja, eben. Und jetzt hat er Jägerinnenschnitzel geschrieben, ja, und jetzt kriegt er in Bayern wieder drei Jahre Gefängnis oder Hand ab oder so, weil es ist ja auch wieder verboten. Ist krass, ist krass. Weil das Sonder verbietet es. 1. April, die Verbotspartei von der Ampel erlaubt Kiffen. Ja. Und die Erlauberpartei von der GSU verbietet das Gendersternchen. Das Gendersternchen. Aber, hey komm, also wenn ich jetzt privaten Gendersternchen mache oder Doppelpunkt oder sonst was. Gefängnis, Bruder, direkt. Nein, das ist doch nicht privat. Das geht doch nur gegen Lehrer. Du bist ein persönliches öffentlichen Lebensbruder. Gegen Lehrer und Behörden und so. Die dürfen das nicht. Ja, kannst du in den Beamtenlaufbahn, kannst du vergessen, das ziehen die raus. Weil die haben Angst gegen früh, dass man die Kinder schlecht beeinflusst oder sowas. Ja, aber wenn du jetzt Lehrer werden willst oder Finanzbeamter oder Richter in fünf Jahren oder sowas, kann ja sein, das Leben ist volle Überraschungen. In öffentlichen Schriftstücken darf ich nicht gender. Das Leben ist volle Überraschungen. Ich darf nicht schreiben, liebe Bürgerinnen, darf ich nicht schreiben. Ja, aber ich sag ja, du willst in fünf Jahren Finanzbeamter werden, Richter oder sowas. Dann halte ich mich halt ja an den Regeln. Regeln sind Regeln, die sind für alle da. Ja, dann kramen die halt ein Instagram, da haben wir halt ein Dings, ein X-Formals-Tweet, holen die von dir raus und dann hast du geschrieben, Jägerschlitzel-Linnen. Das hast du dann geschrieben. Ja, früher. Ja? Ja? Ja, das ist wie wenn du bei der RAF warst. Du kannst auch nicht sagen, ich war früher bei der RAF, jetzt wäre ich Richter. Da war es nicht verboten. Es war nicht verboten. Aber jetzt ist es ja verboten. Ja, ja, aber in der Vergangenheit ist es. Achso, du meinst, wenn du es jetzt machst, kannst du keine Richter mehr werden. Du musst aufpassen. Ich muss schon in der Funktion und im Amt und im Rahmen meines behördlichen Wirkens. Nein, vorher schon. Du kannst doch nicht sagen, ich werde jetzt Richter. Gestern war ich bei der RAF, morgen werde ich Richter. Ich bin nicht mehr bei der RAF, das kannst du nicht bringen, Bruder. Digga, es ist ja kein Straftatbestand. Das ist ja eine... Das ist doch verboten. Ja, aber nicht. Das ist ja kein... Also verboten ist verboten, kannst du nicht sagen, ich darf keinen umbringen, ist kein... Das ist eine interne Dienstanweisung. Das ist jetzt keine Straftat oder ein Vergehen oder ein Verbrechen, ist es nicht. Das ist nur eine interne Dienste. Was ist das? Da kannst du das bitte nochmal ganz langsam und sexy sagen, das Wort. Eine interne Dienstanweisung ist das. Digga, das hört sich an, als hättest du eine Maske auf und hättest so schwarze Gummiglatexbänder und gehst in so einen Keller runter. Ja, ja. Willst du mir auf Streife gehen, kriegst du von mir Schlumpfpunkte. Jetzt mal ganz ehrlich, das hast du erfunden, das Wort, oder? Natürlich, natürlich. Ich denke mir alles aus. Oder, ah, das hast du bei Festnahme gehört, oder? Ja, genau. Und alles, was ich jetzt sage, kann wirklich nicht verwendet werden. Nein, der hat fünf Kaugumme-Automaten aufgeknackt, den lassen wir frei. Wieso ist eine interne Dienstanweisung? Ja, safe kriegst du keinen Ärger, wenn du privat gendern tust, ey. Das interessiert doch keine Sau, was du privat machst. Also, weißt du, wie du das darstellst, Stefan? Was? Behalte deinen Gedanken, weil ich muss mal eins noch loswerden, ja? Du tust es einfach so ab. Du stellst es so dar, interne Dienstanweisung, blabla. Du tust es so, als wäre das einfach nur Showtheater. Du tust das so. Was? Echt? Ja. Ich meine, der Söder ist in China, macht ein Riesengesetz, gibt sich mega, hält ein Versprechen. Der hat gesagt, wenn er mich wieder wählt, dann werde ich das Gender-Stern nicht verbieten. Und der hat es umgesetzt. Und du tust es so, als wenn es einfach nur so ein Quatsch wäre. Als wenn es einfach nur so ein Show-Ding wäre. Das bewegt die Menschen, Bruder. Das ist den Menschen wichtig. Die Menschen fühlen sich sicherer jetzt. Ja, das ist für die Menschen wichtig. Schon. Die gehen, das ist so. Auf einmal fühlen sie sich in der Zukunft auch wieder sicherer. Weißt du? Ja. Was auch, alles wird teurer. Man weiß nicht, wird es Krieg geben. Man weiß nicht, ist die Energieversorgung gesichert. Was ist mit, ja. Du gehst hin, du gehst hin, du gehst hin, bei einer Behörde und holst ein Antragsformular. Ja. Das nennt man Symbolpolitik. Ja, weil das Sternchen weg ist. Ja, genau. Das steht halt für was. Dann gehst du hin, willst ein Antragsformular, weil das Zimmer 25 willst du gehen, um das Antragsformular für 25 ins fünften Stock, der fünf Antragsformulare. Und die waren alle gesternet. Da waren alle so Sterne drauf, weißt du? Ja. Und immer nur ein Stern, das ist auch eine Scheißbewertung. Nur ein Stern würde ich. Ja, eben machen sie mal. Ich will nur fünf Sterne. Dann gehst du hin und da kommst du voll durcheinander. Das ist jetzt weg. Ich weiß ja nicht, wie viele Formulare jetzt weggeschmissen werden müssen. Brutal. Der Habeck schreit schon, weil so viel Papier. Meine Mama hat gesagt, da könntest du auf die Rückseite noch was draufmalen. Kann man noch Kinder zum Malen geben in die Kindergärten und so. Und dann hat der Söder gesagt, nein, 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 da sind Gendersterne auf der Rückseite. Das ist verboten. Es ist ungefähr so wie Frühsexualisierung, indem sie irgendwie transsexuelle Dragqueens tanzen sehen oder sowas. Der Gendersterne. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es wirklich. Wie du über diesen Söder schimpfst. Das ist die Zukunft von Deutschland, Bruder. Der ist gerade in China. Der ist in China. Ist der immer noch da drüben? Der ist in China. Jetzt wäre ein richtiger Moment, wo Covid wiederkommt. Warum ist der nicht nach Afghanistan? Das wäre doch geil, oder? Der ist in China und küsst da die Füße. Der streichelt Panda-Bären. Der schaut sich an, wie man die Mauer wieder aufbaut. Und der ist in China und sagt, welches Know-how braucht ihr noch von uns? Was kann man euch noch geben, oder? Das ist wie so ein kleiner Schuhjunge. Der dann so vor den Chinesen so. Und dann, dass er einmal Handschütteln darf. Da sagt er, okay, komm mal, was wollt ihr haben von Airbus? Das organisiere ich euch. Das Know-how ist doch kein Problem. BMW könnt ihr haben. Aber, dass ich einmal die Hand schütteln darf. Ich weiß gar nicht, ihr schaut alle gleich aus. Was macht denn der da eigentlich in China? Das ist die Wahlkampfkampagne. Weil das macht er nur, und das soll ich jetzt sagen, was das ist, aber das ist jetzt hochstreng geheim. Verschlusssache. Das macht er nur, um den Merz in den Arsch zu treten. Das macht er nur, weil der Merz, der ist ja ein Niemand. Der heißt ja kein Ministerpräsident. Ja. Wenn der jetzt nach China gehen würde, dann würde er sagen, wen vertreten Sie denn? Wer sind Sie überhaupt? Ich vertrete eine Partei. Dann sagt er, ja, okay, wir sind auch eine Partei. Was noch? Sind Sie Kanzler? Nein. Sind Sie Ministerpräsident? Nein. Sind Sie Minister? Nein. Aber als Parteichef kann man doch überlegen und tot der Bürger entscheiden normalerweise. Sind Sie Landrat? Nein. Sind Sie Bürger? Was sind Sie denn eigentlich, Herr Merz? Ja, vielleicht bin ich der nächste Kandidat. Ich bin Chef von der Oppositionspartei. Und dann geht der Markus Söder dahin. Der Dr. Markus Söder geht dahin. Als Bayern. Als Frank. Schließt das, ich meine. Als Ministerpräsident von Bayern sagt, pass auf, wir sind in diesem Deutschland, sind wir das stärkste Land. Und dann sagt er, pass auf, wie geht denn das mit dem Internet zum Beispiel? Wie machten Sie das? Das hätten wir auch gerne. Oh, wir sind wunderbar aufgestellt. Der Andreas Scheuer. Ah, Moment, der ist ja jetzt zurückgetreten. Wie machten Sie das mit den Sonardingern? Die lachen den doch aus, die Chinesis. Was wollen denn die überhaupt? Ich meine, vergleich doch einfach mal, wie viele Leute gibt es in Bayern? Acht Millionen? Oder vielleicht 20 Millionen? Sagen wir mal, es gibt 15 bis 20, 18, ich sage, es gibt 18 Millionen Bayern. Ja, in China gibt es 18 Milliarden Chinesen. Ja, eben. Und der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist so ziemlich genau eine Milliarde, Digga. Das ist doch ein Witz, was der Söder da in China macht. Und die gehen hin und sagen, wer kommt denn heute? Da kommt irgendein Typ aus Bayern und so, ja, okay, was auch, schütteln wir ein bisschen die Hand. Und weißt du, was so peinlich ist? Er hat nichts Besseres zu tun. Eins, ich glaube, sein Instagram-Profil wahrscheinlich explodiert gerade. War da noch ein Panda-Bär. Ich habe nur eins gesehen, da war in der chinesischen Mauer vor ihm, waren drei chinesische Touristinnen und die so, was will denn der Typ? Ich will jetzt auch ein Foto machen, kannst du mal warten? Er musste halt warten, bis die Chinesen das Foto gemacht haben. Dann durfte er da hin. Hey, stell dir vor, es würde jetzt irgendwie so der Provinzkonsul von Wuhan würde jetzt irgendwie sich mit, keine Ahnung, mit dem Scholz treffen. Und die so, ja, ist nice, schön. Wuhan weiß ich jetzt nicht so. Wo reden wir hier jetzt? Ja, okay, Wuhan hatte fast irgendwie noch eine Art Themenbezug, aber jetzt irgendeine Provinz, ja? Okay, sagen wir mal von 87 Süß-Sauer aus 87 Provinz. Sagen wir mal, okay, sagen wir halt mal Peking, ja? Ich meine, okay, ist okay, kann man sagen. Ich meine, wirtschaftsstarke Region oder sowas. Ist trotzdem nicht das Gleiche wie ein Staatenlenker oder sowas, oder? Und der Söder ist wie so ein kleiner Junge, der kriegt ständig Kopforgasmus. Ich glaube, der hat mega die Kopforgasmus. Ein furzerter Typ, ey. So ein lächerlicher Furzer, ey. Jetzt hast du das halt durchgesetzt mit dem Genderstern, ey. Der ist so stolz wahrscheinlich gerade, oder? Mega Wahnsinn, oder? Der ist so stolz, Digga. Ja, so, boah, ich bin halt so krass. Die in Berlin, die Grenzen nicht. Die können gar nichts in Berlin. Und was wir alles geschafft haben in Bayern, ja, ist so krass. Ey, wir sind diesen Genderstern und wir haben die Autobahnmaut. Ja, okay, das mit der Autobahn war vielleicht scheiß Idee, ja. Aber das Internet, wir sind jetzt total gut im Ausbau und wir sind so modern. Ich glaube, die haben sogar ein Windrad gebaut jetzt dieses Jahr schon. Ja. Ich glaube, die haben in ganz Deutschland 700 Windräder aufgebaut und in Bayern haben sie sieben. Aber jetzt hör mal auf, Hör Bayern zu schimpfen, ja. Du kommst doch da aus der Gegend von, du wohnst ja gar nicht in München. Du wohnst ja dann nördlich von München, oder? Ich wohne nördlich von München auf dem Land. Schrobenhausen, weißt du, was da gebaut wird, Bruder? Spargel. Nee, Digga, da wird was ganz anderes gebaut, Bruder. Flughafen. Ein Atommüllendlager. Nein, Taurus, Bruder. Taurus. Kommt aus Schrobenhausen, Bruder. Taurus. Die Waffe, wenn wir einen rüberschicken, haut der Putin uns in Atomraketen um die Ohren, weil das die deutsche Superwaffe ist, Bruder. Der Taurus. Die V8 ist zwar Jahres 2024. Keine Ahnung, Mann. Taurus. Das klingt nach einer Raketen. Und Patriot, kommt. Das ist eine Rakete, oder was? Patriot, Abwehrraketen. Ja. Geil. Cool. Was der Scholz halt nicht rüberschicken will. Er muss es ja gar nicht selber schicken. Die anderen schießen es ja von sich aus ab. Er schickt es nicht rüber, weil? Ja, weil er denkt, der Putin so. Weil er glaubt, der Putin, der Putin fängt dann an, aggressiv zu werden. Weil der Putin sagt dann... Putin und aggressiv. Der wird auch nie aggressiv. Er sagt bis jetzt, es war jetzt so ein bisschen Fingerhackeln, was wir gemacht haben, ja. Aber Taurus ist eins zu viel. Ja, Taurus ist eins zu viel. Weil dann geht er, glaube ich, hin. Dann zerschießt er, glaube ich, nicht nur in der Ukraine die Elektrizitätswerke, sondern auch woanders. Ja. Die Krankenhäuser und die Kindergärten und so. Dann sagt der Putin, also jetzt, jetzt ist, jetzt, 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 jetzt. Jetzt ist eine Grenze überschritten. Bis jetzt war alles nur Geplänkel. Ja. Ja, da muss man natürlich schon aufpassen, dass man den Putin nicht provoziert. Ja, nicht, dass der denkt, dass wir damit dann mitmachen. Nicht, dass der Irrationales macht oder irgendwie sich gegen internationale Abkommen auf einmal nicht mehr ernst nimmt oder so. Weil der Putin sagt sich, okay, sie haben jetzt für 20 Milliarden, haben sie schon Waffen rübergeschickt. Das ist scheißegal. Aber die Taurus-Raketen, wenn wir die rüberschicken, ja, dann, 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 das ist, das ist, das bringt es fast zum Überlaufen. Schickt ihm einfach Weed rüber, dem Putin. Ja, das wäre geil. Glaubst du, dass das deutsche Gras, das ist ja immer so, wenn die Deutschen was machen, machen sie es perfekt, ja. Glaubst du, dass das deutsche Gras dann das beste Gras der Welt wird? Du, ich habe keine Ahnung, wo das dann herkommt. Kommt es dann nur aus diesen Vereinen, das Gras? Safe nach DIN-Norm, das ist DIN-Norm safe. Oder wird es staatlich irgendwo angebaut in krassen staatlichen Gewächshäusern? Das ist keine Ahnung. Auf jeden Fall nach DIN-Norm. Viel wird ja aus Kanada importiert. So, das, was du in Apotheke kriegst, das Zeug, das ist ja viel aus Kanada und USA. Super Ökobulanz, super Ökobulanz. Ja, total natürlich, ich glaube, Mann, ne? Ne, klar, weil das Cannabis aus Kanada kommt, ist ja logisch. Klar, logisch, ja. Das ist naheliegend. Das ist naheliegend, deswegen heißt das auch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, Bruder. Also, wo zieht man die Grenze? Können die, dürfen die die Taurus-Systeme nur nicht schicken, weil die nur von Deutschen bedient werden können und dann deswegen wird Deutschland Kriegspartei? Oder was ist das Argument? Ja, Deutschland ist ja noch null Kriegspartei. Wir haben ja nur für 20 Milliarden Sachen rübergeschickt, aber Kriegspartei sind wir nicht. Ja, oder? Wir halten uns da komplett raus. Wir halten uns da komplett raus. Der Putin denkt sich, die Ukrainer, die sind so klug, die ganzen Satellitendaten, wo die alle herhaben, super. Die ganze Geheimdienstinformationen, Wahnsinn. Das ist so geil, oder? Und der Abrams und der Leopard-Panzer, der so rumfährt. Wie die Ukrainer, die so schnell nachgebaut haben, diese geilen Fälschungen. Das ist so geil. Das ist so, wenn du sowas auf dem Schulhof machen würdest, dann würde jeder sagen, ey Digga, erzähl mir keinen Scheiß. Du hast damit angefangen. Du hast da mitgemacht. Du hast dem Monat das Messer gegeben. Du gehörst zur Bande. Nein, ich kann nichts dafür. Hey, das ist dein Messer, Bruder. Was der mit dem Messer macht, da habe ich nichts damit zu tun. Der hat das Recht, dich zu verteidigen. Ja, Mann. Okay, gut. Ich meine, die Ukraine hat das Recht, dich zu verteidigen. Das ist keine Völkerrechtler. Klar, logisch. Voll dabei. Voll dabei. Aber auf dem Pausenhof schaut es halt anders aus. Ja, da kann sich halt keiner einfach so. Aber ich finde es interessant, dass die so ungefähr diese Regeln so quasi so weiter so akzeptieren und sagen, gut, bis dahin ist es alles eine friedliche Handlung. Dir den Waffen zu geben. Man kann auf dem Pausenhof eigentlich viel lernen, oder? Man kann schon viel lernen, ja. Und dann gehen die Russen hin und veröffentlichen halt nur so ein Abhörprotokoll, bringen ein paar Leute im Tiergarten um und so. Hey, aber wir wollen jetzt nicht Kriegspartei werden. Digga, die hören schon seit ein paar Jahren im Bundestags ab. Die vergiften hier die Leute, Digga. Wir sind mitten dabei. Ja, früher war alles noch in Ordnung, als die Amerikaner nur uns abgehört haben. Anderes Thema. Da war die Welt in Ordnung. Euter, schlaf, Euter. Also, wann fängst du es kiffen, Mann? Ich weiß, ich glaube gar nicht. Ich finde es auch prinzipiell einfach falsch gemacht, ja. Am 1. April, so ungefähr, weißt du? April-Scherze, ja. Warum nicht am 20. April? 420, Digga. 420. Ja, das ist Hitlers Geburtstag. Das wäre jetzt irgendwie komisch auch. Wer weiß sowas. Das wissen nur Fans. Um 16.20, ja. Wie geil wäre das gewesen, weißt du? Du sagst, okay. Unter 1. Mai. Ich legalisiere das Gras. Ich mache jetzt quasi am 20.04. Am 420 mache ich halt um 4.20. Ist es legal. Und alle so, hey, nicer Move, Digga. Ich sehe, was du da tust. Das ist witzig. Wäre aber eigentlich auch cool gewesen. Wäre eigentlich cool. Schau mal, die einen kiffen. Ja. Und die einen vereinen Geburtstag von Hitler. Und dann schau mal die Kiffer, ja. Digga, schau mal, die Akkus da drüben. Und dann frag dich mal, wo die scharfen Girls abhängen. Bei den coolen Kiffern, ja. Oder bei den kahlrasierten Stielnacken. Genau, das ist das Ding. Man nimmt den anderen quasi ihre Kultur weg. Man nimmt es sich an, ja. Man nimmt ihnen ihre Symbolik weg, ja. Das ist ja genau das Ding, oder? So haben sie auch Weihnachten. Chance total. Aber 1. April ist auch cool. Den Heiden ja auch Weihnachten weggenommen, die Christen damals. Tja, vielleicht ist es auch so, dass wenn du morgen kiffst, dass sie sagen, April-Scherz. Vielleicht wollen die auch einfach nur, dass alle Kiffer sich jetzt, also dass in die Oberfläche kommen. Vielleicht ist das eine Riesenverschwörung. Oh krass. Die sagen, okay, ihr dürft kiffen, kiffen, ja. Und alle Kiffer kiffen heute. Und die machen die ganze Zeit Fotos. Ah, der Kiffer 1, der Kiffer 2, der Kiffer 3. Ach, hätte ich auch nicht gedacht. Da gucken wir her, der Zahnarzt, da der Jurist. Kiffen alles, super, notiert, notiert, gefilmt, ja. Und morgen am 2. April sagen sie, April, April war ein Scherz. Ja, wie blöd kann man sein? Im 1. April gibt es ein neues Gesetz. So offensichtlich. Oder? Und was machen sie dann mit denen? Das Kifflager. Ja, wenn es zu viele sind, dann müssen sie sagen, okay, war doch kein Scherz, kiffen halt zu viele. Aber das ist eigentlich ganz gut, oder? Wenn die Deutschen mal ein bisschen chillen, einfach mal so ein bisschen so chillen. Denke ich auch. Die Leute sind viel zu aggressiv. Die Leute sind viel zu aggro unterwegs. Also. Ja, vor dem Bundestag würden jetzt alle kiffen. Oder jeder Zweite so. Hey, passt schon. Und hey, die können es nicht. Ja, passt schon, Digga. Ist okay. Tobi dich aus. Wie lange ist nochmal so eine Deklisaturperiode, Bro? Ja, vor allem, es gibt ja da nicht nur welche, die sich wegbreit ballern, sondern es gibt ja auch welche, wo quasi, wo nicht das THC im Vordergrund steht, ja, sondern das CBD, ja. Quasi, wo du sagst, okay, ich bin weniger high, aber ich kann besser mit meinen Schmerzen umgehen, ja. Oder manche Leute können tatsächlich erst richtig funktionieren, ja. Ja, okay, das sind so die Mitläufer. So medizinische, sagen wir mal so, es hat ja medizinische Vorteile, auch Krebs und so weiter. Sag ich jetzt einfach mal so. Der funktioniert auch erst mit drei Bier, verstehst du? Total, ja, der braucht die drei Bier, damit er ordentlich, ja genau. Naja. Jetzt schauen wir mal, das wird schon, das Land wird, ich glaube, das Land geht unter jetzt, wo sie alle kiffen dürfen. Ich glaube nicht, dass es untergeht, ich glaube nicht, dass es untergeht. Das ist genauso, wie man sagt, hey. Die haben gar keinen Bock mehr jetzt zu kiffen. Wie man sagt, wir machen jetzt, keine Ahnung, wir geben den Leuten Bürgengeld und dann wird nie wieder irgendjemand arbeiten oder so. Das glaube ich nicht. Das ist einfach Bullshit. Ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt alle nur noch kiffen. Ich glaube, viele langweilen es jetzt auch, weil sie sagen, ey, kiffen war früher was Cooles, ja, was extra Dingens, ja, die steigen halt jetzt auf härtere Drogen rum und die anderen so, oh krass, die Krankenschwester kifft jetzt auch da drüben und da hier voll der Taxifahrer nach der, alle kiffen jetzt nur noch voll, kannst nirgends wo mehr lang gehen, überall kiffen sie einfach. Ich glaube, es gibt bald kifffreie Zonen. Die Leute werden bald dafür sagen, dass wir wollen da nicht belästigt werden durch den Geruch. Das kann sein, so im privaten Raum quasi, oder? Mir tut es halt leid um die Shisha-Raucher, um die Shisha-Bars. Das ist auf einmal nicht mehr cool jetzt. Die müssen alle zumachen. So, komm, gib mir Shisha. Oh, Shisha, voll langweilig, komm, wir kiffen. Wahrscheinlich machen die so Zonen um die Shisha-Bars rum, dass du da nicht mehr kiffen darfst. Shisha-Lobby. Wenn der raucht so gegenseitig, wenn die sagen, der Kiffgeruch macht total diesen Waldbär-Himbeer-Geschmack, Vanillegeschmack, Mandarinen-Geschmack. Gummibärchen-Mandarine. Hey, weißt du was? Was, wenn Shisha, wenn es nach Leder riechen würde, ja? Oder nach Sandelholz oder nach Kernerde oder sowas, ja? Nach Motoröl, nach Kettensägen, WD-40. Aber hast du mal auf so eine Karte draufgeschaut? Autoreifen-Gummi, verbrennter Autoreifen, abgeriebene Bremsklötze. Dagegen ist die Früchteteesammlung beim Drogerie-Mark Müller ein hartes Männereck. Ja. Das ist schon witzig, oder? Wie die Typen mit den gezupften Augenbrauen und den manikürten Bärten, da sitzen dann irgendwie Mandarinen-Lolli. Angefressene Nacken und Tattoo an der richtigen Stelle sitzen sie da, gebückt, als würden sie gerade den nächsten Drogendeal besprechen und dann nuckeln sie wie diese kleine Kinder. Dicke, vor Blocks wird gesponsert von Haribo. Die härtesten Welt ever. Wie leckes Maul hast du heute da? Du willst gleich wieder The Way Out spielen. Ja stimmt, wir müssen gleich wieder zocken. Wir müssen gleich wieder zocken. Time is running and passing and running and passing. Ja, krass. Boah, Dicke, dann haben wir jetzt über die Gender-Polizei gesprochen. Wir haben aber noch nicht über den krassesten Coup ever gesprochen. Wer da wäre? Stefan Raab macht ein krasses Comeback in die Medien. Ist es so? Unser Stefan Raab. Heute ist der 1. April, wir wissen es noch nicht. Ja, der hat doch ein Video gemacht vor drei Tagen. Innerhalb von drei Tagen hat der Elton gesagt, pass auf Stefan, du kommst zurück, du machst wieder was im Fernsehen. Und der Stefan Raab hat gesagt, nee, kein Bock, hat er gesagt, pass auf. Und der Stefan Raab hat gesagt, er wird Influencer. Er wird Influencer. Sobald er neun Millionen Instagram-Follower hat, in drei Tagen. Das ist ein bescheidener Anspruch, ja. Bescheidener Anspruch, ja. Naja, komm, Stefan Raab kennt jeder. Jeder kennt Stefan Raab. Genau wie uns kennt auch jeder. Ja, du kannst Stefan Raab nicht mit uns vergleichen. Das sind Welten. Ja, was für Welten. Wir sind zwei, er ist einer. Wir sind zwei, er ist einer. Zum Beispiel? Ja. Da fängt es doch an. Nee, aber, hey, neun Millionen Instagram-Follower in drei Tagen ist schon sportlich. Das ist, darf man schon. Jeder Zehnte. Ich dachte, der hätte schon neun Millionen. Hat der nicht so viel? Wie viele Millionen haben wir? Null Komma? Ja, 0,00002 Millionen. Eins Millionen. Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja auch nicht so jemanden Bekannten, der uns so krass pushen tut. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass der, meine Meinung, ja. Ja, ja. Deswegen sind wir hier erkannt. Hat er es geschafft? Hat er es geschafft? Stefan Raab, soll ich mal auf sein Instagram gucken, wie viel er gerade hat? Ja. Hey Siri. Die Zeit läuft noch, oder? Die Zeit läuft noch. Pass auf, hey. Ich schaue mal auf sein Konto, ja. The Real Stefan Raab. Ich habe ihm jetzt nicht gefolgt. Ich habe ihm nicht gefolgt, ja. Weil ich fand das ein bisschen frech. 2,8 Millionen. 2,8 Millionen Follower hat er jetzt. Die Idee kam vom Elton. Der Elton hat eine Folge verarscht. Ich sage, der Elton ist ein Ehrenstrieber auf Twitch. Der hat sich gedacht, der Stefan Raab hat ihn wahrscheinlich aufgezogen. Hey, du mit deinem Social Media, du mit deinem Twitch und was weiß ich was. Und der Elton macht dann eher einen Job auf Twitch. Ja. Und wahrscheinlich hat er gesagt, okay Elton. Da hat der Elton gesagt, okay Stefan, schaust du mal. Schau mal. Und er schätzt die Social Media nicht, die du immer so schlecht redest. Und der Raab, ich kriege sofort, okay, pass auf. Ich kriege sofort 5 Millionen, 10 Millionen. Okay, pass auf. Der Raab hat gesagt, ich kriege 10 Millionen sofort. Er hat gesagt, okay, pass auf, eins weniger. Du machst 9 Millionen, dann machst du eine neue Show. Das sind 10 Prozent von Deutschland. Wie viele Leute sind überhaupt auf Instagram in Deutschland? Viel zu viel. Instagram ist so langweilig geworden. Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht. Aber einfach mal so zu sagen, boah krass. Ich kriege 10 Prozent von ganz Deutschland. Jeder zehnte Bundesbürger. Da rechne ich jetzt immer die ganzen Kinder nicht mit, die gar nicht auf Instagram sein dürfen, weil der 18 sein musste oder 16 sein musste. Also zwei Dinge. Wahrscheinlich hat er von Instagram Kohle bekommen. Zweitens, wie oldschool ist denn der? Da kann er gleich sagen, Facebook. Wieso geht er nicht auf TikTok oder auf Julailas World? Ja, da macht er ein eigenes Netzwerk, so wie Truth Social oder sowas. Eben, ist doch loser-mäßig. So ein absteigender Ast wie Instagram. Wieso geht er nicht auf Raps-Tagram oder sowas? Ja, Raps, genau. TV-Total-Gram. Ja, genau, sowas in der Art. Auf jeden Fall, das Ding hat nicht geklappt. Ja, und dann haben sie ein Video gezeigt, wo er sagt, wo der Elton es so in den Raum stellt, dass Stefan vielleicht nochmal einen Boxkampf macht gegen Regina Halmich. So einen dritten, dass du ein drittes Mal nochmal mit ihr kämpfst. Ja, das ist doch Quatsch. Die hat doch schon zweimal gewonnen. Das ist doch Quatsch. Es passt doch gar nicht in die Zeit, dass man hingeht und sagt, ich schlage mich jetzt mit einer Frau. Das passt doch nicht, oder? Das check ich noch nicht, was das soll. Es ist irgendwie keine Story dahinter, finde ich irgendwie. Weil ich sage dir mal, wo eine Story dahinter ist. Kleine Story, ja. Jetzt habe ich gesehen, Triumph, ja, Motorrad. Die haben jetzt etwas geschaltet. Sie machen jetzt Only-Bikes. Only-Bikes? Only-Bikes. Und da zeigen sie die geilsten Fotos von Naked-Bikes. Also wer die Idee gehabt hat... Ohne Verkleidung. Ja, Naked-Bikes halt, genau. Also normale Naked-Bikes sind ja so relativ Renn-Renn-Maschinen. Wurde keine Verkleidung. Aber genau, Naked-Bikes ist ein normaler Begriff. Und ich glaube, wir haben sich gedacht, das hat doch bestimmt schon eine andere Motorradfirma. Und die haben sich gedacht, nee, gibt es noch. Und die haben jetzt auf Only-Fans, glaube ich, Only-Bikes. Wahrscheinlich ist es eine Verarschung zum 1. April. Aber finde ich eine geile, geile, geile... Da siehst du nackte Bikes. Das ist eine geile Idee. Only-Bikes, Naked-Bikes. Würdest du nackt, würdest du ein Porno drehen? Promi-Porno? Hast du noch keine Anfrage, nie eine Anfrage bekommen? Ich weiß nicht. Bist du aber am Überlegen, oder? Ja, klar, logisch, logisch. Das kommt auf die Kohle an. Aber wird es schon machen, oder? Ja, schon. Eventuell. Wenn du genug Kohle... Ja, schon. Würdest du ein Porno drehen, wo du sagst... Ja, schon. Schon. Gut, dann gebe ich das weiter, ja. Ja, genau. Ich habe halt gesagt, das ist gar nicht... Es schadet weniger meinem Ruf, als halt der Plattform. Nein, es ist nur peinlich für die Leute, die sich das anschauen. Ich mache es nur gegen Vorkasse, weil ich mir denke, wenn die das machen, dann ist danach die Plattform tot. Ich glaube, wenn die jetzt ein Porno mit mir machen, dann sagen die, das ist ja voll peinlich. Das würde bei Special Interest... Special Interest würde das landen. Das ist so ein Wegschalter. Wahrscheinlich. Ja, gut. Ich würde ganz ehrlich gesagt kein drehen. Da geniere ich mich zu sehr. Und ich bin so wahnsinnig kritisch mit mir selber. Aber sage ich mal, Potenzial wäre da bei dir, oder? Potenzial wäre da, klar, logisch. Kategorie Handtuch. Potenzial ist da, oder? Potenzial ist da, oder? Ja, würdest du einen drehen? Ich habe ja schon... Ich sage ja, ich... Es gab ja welche. Es gab da Mitleid, weil ich denke, dass die jeweilige Plattform nur gegen Vorkasse. Die ist danach pleite. Was wurde eigentlich aus den Pornos, die es von uns gab? Gleiches Thema. Nie wieder was gehört. Wir haben die leider zu früh verklagt. Pornoralle war das? Der hieß Pornoralle, oder? Und mit Hardcorer und so, oder? Wir waren das. Und die haben Erkan und Stefan im Krankenhaus, Erkan und Stefan in der Bundeswehr, Erkan und Stefan im Seniorenheim, Erkan und Stefan am Minigolfplatz. Die haben da überall fleißig rumgefögelt und haben Pornos gedreht. Und der eine hatte eine Erkan-Kette um und der andere hat ein Handtuch umgehabt. Und wir Idioten haben die verklagt. Weil wir gedacht haben, die... Wir wollten die ja selber drehen. Wir wollten die ja selber drehen, ja. Stell dir mal vor, du musst nicht dafür bezahlen, dass du mit lauter scharfen Bar diesen Gangbang machen kannst. Auf einmal kriegst du noch Geld dafür. Ja, aber stell dir vor, die würde es jetzt immer noch geben, die Videos. Stell dir mal vor, du bist einmal daneben für Sex bezahlt. Das wäre doch irre. Wirst du nicht bezahlt? Was? Echt, kriegst du keine Kohle? Was? Ich höre gerade so schlecht, was? Ein paar Bits kriege ich halt. Ein paar Bits. Sehr gut. Ich komme auch Kohle dafür, dass ich sexy aussehe. Ich kriege Geld dafür, dass ich jede Paarungsplattform meide. Ja, wegen Wettbewerbsverzerrung wahrscheinlich. Die wollen nicht, dass du dich da meldest. Das hast du schön gesagt. Genau, Mann. Die sagen dann, wenn der so krass ist, dann verdienen wir keine Kohle mehr. Genau, die anderen Männer beschweren sich dann keine Chance. Brudi, ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt mal bei unseren Zuhörern. Absolut. Happy 420 an euch alle. Ich glaube, ich habe vor 30 Jahren mal an einem gezogen, an einem Joint. Aber die Leute haben immer gesagt, hey, Colin-Stefanie, was raucht ihr eigentlich? Und wir haben immer gesagt, hey, wir sind Hochleistungssportler. Wir lassen die Finger von so Zeug. Bisschen Alkohol und so haben wir schon nicht stehen lassen immer. Aber... Ich trinke gerne Gläschen, ja. Ja. Noch nie was, noch nie, ich habe in meinem Leben noch keine einzige Droge konsumiert. Das ist schon krass eigentlich, oder? Nicht mal die Julaila. Nicht mal die, und die macht schon süchtig. Aber auf jeden Fall, ich sage mal so, Leute, geht es verantwortungsvoll mit dem Zeug um. Ja, passt auf. Nicht im Auto, ja, vor allem, ja, und vergesst nicht. Wir brauchen es nicht, aber wir sind dafür, dass die Leute die Möglichkeit haben, das frei zu entscheiden. Ganz genau. Genau, sehe ich auch so. Freiheit und so. Und die eigene Freiheit hört halt da auf, wo die das anderen anfängt. Und deswegen bringt halt niemand eine Gefahr damit. Das ist das Wichtigste. SOS, Budi. Also, so ist es. Haut rein. Bleibt gesund. Bleibt krass. Wunderbar. Yeah, baby. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Come on. Ciao, dann.